So Leute, wie versprochen geht es im zweiten Teil dieser zehnteiligen Serie nun darum, wo du deine Videos idealerweise aufnehmen solltest. Braucht es direkt so ein perfekt ausgestattetes Studio oder reicht es nicht vielleicht auch die Videos einfach irgendwo in der Wohnung aufzunehmen? Genau das besprechen wir jetzt. Wie bereits auch im ersten Video bereits angesprochen, möchte ich dir für deine Social Media Karriere ganz klar ans Herz legen, erst einmal damit zu starten, was du hast. Schnapp dir also dein Smartphone und kauf dir gegebenenfalls ein Handy-Stativ und suche dir einfach in deinem Zuhause einen Ort, wo du ausreichend Licht hast. Das heißt am besten Tageslicht über große Fenster und einen Raum, in dem es auch nicht zu viele störende Geräusche gibt. Also eine Baustelle nebenan wäre unpraktisch und der Raum sollte natürlich auch akustisch geeignet sein. Das heißt jetzt einen riesigen Saal, wo deine Stimme extrem heilt, würde ich dir eher nicht empfehlen. Und es ist natürlich auch schön, wenn du dir einfach einen Raum suchst, wo der Hintergrund einfach ziemlich stimmig aussieht. Anschließend probiere dich doch erstmal ein bisschen in der Postproduktion aus. Das heißt schnapp dir dein Video-File und geh damit in FilmMower und schau, wie sieht das Ganze aus? Wie gut kannst du mit den Dateien arbeiten? Und wie zufrieden bist du alles in allem mit deinem Aufnahmesetup? Vielleicht findest du noch einen besseren Ort in deiner Wohnung und wenn du merkst, das Ganze macht dir wirklich Spaß, nun ja, dann kannst du auch darüber nachdenken, dir ein festes Aufnahmesetup einzurichten. Ich will ehrlich sein, ich bin unheimlich froh darüber, dieses feste Aufnahmesetup hier so zu haben, wo ich einfach nur mit einem Klick mein Licht anmachen muss und direkt aufnehmen kann. Das heißt, suche dir in deiner Wohnung einen Ort, den du wirklich dauerhaft für deine Videoaufnahmen nutzen kannst und wo du dich einfach nur noch hinsetzen und loslegen kannst. Gestalte also am besten deinen Hintergrund so, dass er dir gefällt und schaffe dir auch am besten zusätzliches Licht-Equipment an, mit dem du dich perfekt ausleuchten kannst. Über die Thematik sprechen wir aber auch gleich noch im nächsten Video. Außerdem kann ich es dir empfehlen, wenn du wirklich langfristig mit solchen Videos Erfolg haben möchtest, auch in eine richtige Kamera zu investieren. Ich persönlich liebe meine Sony FX3, aber sie wäre für deinen Start vermutlich überdimensioniert. Nichtsdestotrotz gibt es viele Kameras da draußen, die ich persönlich wirklich sehr, sehr gut empfehlen kann. Gestartet habe ich persönlich damals mit einer Sony Alpha 7C und einem Objektiv von Tamron, was 24-70mm abgedeckt hat und war damit für den Start wirklich vollkommen zufrieden und das hat meine Videoqualität wirklich nochmal auf ein vollkommen neues Level gebracht. Heutzutage würde ich dir persönlich vermutlich am ehesten zu einer Sony FX30 oder aber zu einer Sony Alpha 4 raten, um in das ganze Thema reinzukommen. Klar, diese Kameras sind auf keinen Fall günstig, aber der Absprung von einer Handy-Kamera zu so einer Kamera ist schon gewaltig und du lernst dann das erste Mal, dich wirklich so richtig mit dem Thema Videografie auseinanderzusetzen. Neben deiner Kamera sind natürlich aber vor allem das Thema Licht und auch Ton von entscheidender Bedeutung. Dementsprechend widmen wir die nächsten beiden Teile dieser Videoserie als erstes dem Thema Licht und dann dem Thema Ton. Also viel Spaß damit!